Das Geschenk der Antifa heute zur Demo, mal ein bisschen Zeitreise zurück. Ja, bunt, ne? Also, und ich glaube, die kommen auch auf ihren Spaß. Und wir haben auch unseren Spaß von Ah ja, alles gut. Ja, gut, also ihr lasst euch nicht provozieren. Nö, ich finde das total entspannt. Wrestling with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Ain't no one in a love embrace. Fire all of your guns. Inzwischen wird in Deutschland eifrig diskriminiert, was das Zeug hält. Erst gegen angebliche Querlenker, die die willkürliche Grundgesetz-Einschränkung unserer Politik kritisieren. Dann gegen Maskenverweiger, die sich auf die Aussagen der Patensbeilage von der Nichttauglichkeit der OP-Masken zum Schutz von Viren berufen. Dann Ungeimpfte, die einem Inexperiment kritisch gegenüberstehen. Die jetzt aktuell Russen auf der ganzen Welt, weil alle Russen schuld an einem Krieg sein sollen, die Putin und Zelensky auf Kosten unschuldiger Bürger führen, die die NATO, Amerika und Deutschland finanzieren. Die Bürger, die Bürger wollten diesen Krieg nicht. Das haben sich die Oberen ausgedacht. Krieg ist immer, immer, immer die schlechteste Option. Es tötet immer Unschuldige.